Sieht ja kein Problem, warum wir es nicht zu viert auch schaffen. Dauert ein bisschen länger. Aber mein Gott. Kann man eigentlich... Ach ja. Ja, Moment. Ja. Ah, da sieht man's. DDs gibt es wie Sand am Meer. Die werden gebraucht wie... wie... Dreck am Meer. Das war nicht negativ gemeint. Ich gehöre ja schließlich auch zu denen. Naja, komm. Zeig mal, wie viel Schaden du machst. Ich kann das nicht nicht schätzen. 86. Ich hab schon zwei Level. Und das nur durch Gegner töten. Jetzt noch plus Quest abgeben. Ich glaub, wir schaffen die 20. Aber ich glaub, ich werd hier auch nur noch diese... Quest machen mit dem Schwert, wie gesagt. Ich möchte dieses Schwert haben. Soll mein Style-Account werden. Also soll zu meinem Style gehören. Ich hab das schon für den Paladin, wenn wir mal irgendwann 100 sind, hab ich genau einen Stil, den ich gerne ausüben möchte. Muss zwar alles sehr schnell farmen. Oder sehr viel farmen. Aber... Ja, es lohnt sich. Es lohnt sich. So, wie fehlt uns noch? Wer denn... Wer denn der Ewige Bunde? Das ist der da, ne? Nein, das ist Mutantus, der Verschlinger. Wer ist das? Lord Sepanthes? Hä? Wo ist der denn? War der nicht hier? Da seht ihr es. Ich komm mit der Dungeon nicht zurecht. Die Architektur stört mich noch. Achso, der ist noch weiter oben. Okay. Ich dachte, wir hätten den über... Hier. Wir wären... Wir hätten den übersehen und wären zum Boss schon gelaufen. Alles klar, alles klar. Ich war... Okay, ich verstehe jetzt, wie das hier aufgebaut ist. Klar. Alles klar, wie Klosbrühe. Na komm hier. Gib mir ein zweites Level ab. Go, Baby. Go, Baby. Go. 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 Boah, Alter. Ja, doch. 20 schaffen wir hier. Also, wie viel kriege ich für die Quests hier? Nicht viel. Oh, das ist ja doch nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte. Ähm. Ne, ich glaub nicht. Aber, auf jeden Fall, hier kriegen wir die Level 19 noch zusammen. Das ist... Das steht so fest wie... Keine Ahnung was. Ach komm hier. Scheiß auf den Tank. Nothing I can handle on myself, bro. Der braucht mir immer zu lange. Ich bin außer Reichweite. Gib ihn. Oh. Dann hab ich ihn gegeben. Genau. Hier war dann der da und da vorne weiter... Genau. Da waren zwei auf einmal. Alles klar. Die Erinnerungen kommen allmählich wieder hoch. Ich bin der Schlangenkönig. Ich kann alles tun. Was ist denn das denn für... Ist das... Ist das eine billige... Ist das ein billiger Versuch, die Motivation des... Gegner... Äh, des Bosses zu beschreiben? Warum er den ganzen Shit macht? Weil ich es kann? Mir gefällt das. I like that. I like that. Noch ein Level up. Ey. Nicht mein erster Level up. Ein paar mehr neue Skills wären mir auch recht. Ach ja. So, das waren alle. Oh, die Spornkappe ist auch nicht schlecht. Ausdauer brauche ich. Willenskraft brauche ich nicht. Aber die Ausdauer ist nicht schlecht. Ich mach mal Gier, falls ich das Ding... Wie immer... Nein. Natürlich. Das braucht da jemand wieder. Okay. Wir müssen jetzt mal back to the... Back to life. Oh. Schaffen wir es da überhaupt drunter? Ach so. Raus und rein, Paul. Ey, der Typ ist ja schlau. Mann. Ein schlauer Tank? So welche gibt es selten. Elune sei mit euch. Ah, die Qual der Wahl. Ich brauch alles nicht. Wenn ich könnte so ein Arsch sein und mir Hosen, ey. Aschar Feller. Sorry, das ist das nicht wert. Das ist nicht wert. Ich habe euch erwartet. So, jetzt können wir, wenn wir alles abgegeben... Oh, scheiße. Das ist doch... Drei Level... Oh Gott, im Himmel. Nicht schlecht. Ich bin beeindruckt von mir selber. Ich habe ja mal irgendwo in den früheren Parts erwähnt, dass ich... Dass wir in den Dungeons mindestens zwei bis drei Erfahrungen... Äh... Level-Ups bekommen. Je nachdem, wie die Quest sind und wie lang die Dungeon ist. Ich bin überrascht, wie treffsicher ich fast getroffen habe. Also wenn wir jetzt hier noch die ganzen Gegner wegschnesseln. Und... Ach, geil! Das gibt... Alter, das ist definitiv Level 20. Das ist definitiv... 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 20 Level, baby. Plus noch den Zusatzbonus, den ich durch Random... Äh... Durch Random Dungeon bekomme. Baby, das ist Level 20. Das ist... Eindeutiger geht's ja gar nicht. Ich würde mir... Ich würde sogar lachen, äh... Wenn hier, äh... Ich sogar noch eine Level 21 bekomme. Ach, scheiße. Bei mir ist sogar Steam offen. Wer schreibt mich hier auf Steam an? Sorry, Bitches. Keine Zeit. Ach ja, jetzt kommt diese beschissene Schlangen-Mutations-Kacke da. Ja. Da war ja was. Ist auch witzig, dass während des Rituals der einfach mal mitkämpft, ne? Das nenne ich Multitasking-fähig. Das ist Multitasking-fähig. Äh... Ich habe euch erwartet. What the fuck? What... Was macht denn da? Er läuft und... Warum... Warum machst du sowas nicht vorher? Warum kannst du nicht laufen und die Scheiße machen, wenn du es schon machst? Ich weiß, das ist ein Bug, aber... Wenn er sowas drauf hat... Ach, dann könnte er es auch einfach so machen. Tja, ihr Loser. Ich bin schneller als die alle. Wenn er in diesem Gang ist, liegt... Äh... Liegt in Unruhe geschlafen. Wir sollten ihn wecken, bevor es zu spät ist. Und dann läuft er erstmal hin, um den Raptor zu töten. Friede sei mit euch. So, ich glaub schon mal vor. An die... An die Sache erinnere ich mich noch. Das ist ja hier, äh... Vielleicht kommen hier Gegnerwellen. Die müssen wir erstmal aufhalten. Weil wenn ich hier Level 20 bin, überlege ich mir... Überlege ich mir ernsthaft, ob ich da noch... Ob ich da einige Quests nicht schon auslasse. Warte mal. Wir sind in... Ach Gott, im Himmel. Ich muss nach Azeroth. Wir sind jetzt Geisterlande. Ab da geht es für mich... Östliche Pestländer. Ist es zu schwer? Hä? Die Frage ist, wo muss ich dann hin? Ich hoffe, ich krieg da Instructions, wohin mit mir. Weil westliche und östliche sind mir zu schwer. Vorgebirge des Hügellands wäre das so, dass... Das Logischste, was jetzt hier noch rankäme. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Mal gucken. Ich glaub, ich werd da doch noch erstmal alle Quests erledigen. Einfach nur aus dem Prinzip heraus. Weil ich hier schon faulende Herzen gesammelt hab und einen Knochenstaub. Da will man das schon zu seinen Nutzen... Bringen. So, jetzt mach mal hin, Mann. Dieser Zauber ist bei... Schätzchen, du wirst angegriffen. Aber keine Sorge, ich hab ein Schwert. Und bin ein Paladin. Und ich hab was drauf. Komm. Level... Level 20. Come on. Come on, baby. Come on. Come on. Come on. Come on. Come on, baby. Come on, baby. Ah, ah, ah. Komm schon, baby. Aber, was krieg ich hier? Was krieg ich hier von dem beschissenen Endboss? Und den Brust... Aber der Ring ist nicht schlecht. Brauch Intelligenz und Willenskrank... Überhaupt nicht. Aber... I don't give a shit. Ich tue es aus dem Prinzip heraus. Das lädt immer noch auf. Ey, Level 20. What the fuck? Schon die Hälfte wieder. Ich muss Gier machen. Ich muss leider Gier machen. Ey. Die Hälfte... Oh, was hab ich hier bekommen? Leiterung. Okay, Krankheiten. Was ist das? Hammer der Rechtschaffenden lässt. Einen Hammer auf das aktuelle Ziel niedergehen. Der Körpischer und eine Leicht... Ah, das ist cool. Das ist cool. Kenn ich. Ist nicht schlecht. Kann man gebrauchen. Ne. Sorry, Bro. Für mich reicht das erstmal. 20 ist schon mal eine gute Zeit, mit der ich arbeiten kann. Wo ist meine Kiste? There is my Kiste. Oh, ein Umhang. Perfekt. Den Umhang... Oh, yeah. Den Umhang kann ich sogar gut gebrauchen. I put that to use. So, das verschiebe ich mal, damit ich nicht immer unnötig... aus Versehen die Dinger aktiviere. Okay. Was war nochmal unsere Aufgabe? Rein, raus. Töten. Alles klar. Ist gut. Mit Krankheit, Leute, kann ich auch gerade gebrochen. Ab und zu mal machen die hier Scheiße, die ich gar nicht gebrochen kann. Also, ich gehe hier nicht aus diesem beschissenen Gebiet raus, bevor ich nicht dieses beschissene Schwert habe. Und wenn ich jede beschissene Quest einzeln machen muss, um das Scheiße zu bekommen. Würde auch lachen, wenn es irgendwo noch das Ding als Style Equip gibt. Dann sind alle meine Bemühungen umsonst gewesen. So, wo können wir jetzt eigentlich rein? Box Schattenfang, Höhle des Wehklangs, Todesmine, Flammen schlauen, Tiefschat zu Grott. Verlies von Sturmen sogar. Cool. Cool, cool, cool. Das machen wir zwar nicht mehr heute, sondern vielleicht morgen. Also, die das nächste Mal. Okay, ich müsste jetzt eigentlich irgendwo hin und mir mal ein Reittier holen. Aber ich glaube, das mache ich, sobald ich hier mit den Geisterlanden durch bin. Weil ich kann eh nicht zu den östlichen Pestländern und so. Das heißt, irgendwo muss ich ja hin. Dieser Zauber ist komplett nicht bereit. Banschies muss ich auch noch töten. Ich muss näher ran. Äh. Ach, genau, das war das Ding. Das war ein Flächenschaden-Dings da, Bomster. Für den Fall, dass ich gegen mehrere kämpfe. Das ist praktisch. Sehr praktisch. Ja, gleich schon 21. Danke, Höhle des Willklangs. Du hast ja sehr schnell was auf die Reihe gekriegt. Brauch noch ein paar von euch. Muss ich hier irgendeinen Anführer töten? Das kommt ja später, ne? Hä? Was war das denn gerade eben? Das hat sich so angeführt, als würde mich irgendetwas niederdrücken, dass ich nicht voll jumpen kann. Hier, schon wieder. What the fuck ist das? Das sind keine Lags. Wie viel Platz habe ich noch? Einen. Der eine oder keine. Ich brauche noch eine Banshee. Banshee, 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 Banshee. Das war's. Auf Wiedersehen, Mr. Anderson's. Ach, doch nicht. Ich brauche noch diese komischen... ...komischen Spinnen-Pussys. So, dann kann ich ja gucken, ob ich irgendwas wegwerfen kann, weil ich sie nicht mehr gebrauchen kann. Fleisch. Ja, Fleisch. Definitiv. Fleisch wird überbewertet. Hier, gerade das hier. Das kann auch noch weg. Die Beutstoff lasse ich so. Ich glaube, ich würde sagen, wir machen noch so lange, bis ich das Schwert bekomme und dann machen wir eine Aufnahmepause. Wenn wir dann im nächsten, im nächsten Part sozusagen, äh, schon mal mit einem neuen Gebiet anfangen können. Ich muss schauen, wo die mich hinbringen wollen. Also ich glaube, das Einzige, was ich jetzt nicht machen werde, ist das hier. Das ist die drei, ne? Die drei. Leck mein Ei. Ist schon grün auf jeden Fall. Das brauche ich nicht. Was grün ist, ist schon grün. I am not interested in green things. Kriege ich ja noch, nur, nur, nur weniger, äh, hier, Erfahrungspunkte, als ich schon jetzt bekomme. So, das Einzige, die Einzigen Quests, die sich noch für mich lohnen, sind diese hier. Also, wo ich hier, hier rein muss und alles kaputt haue. Okay, ich brauche immer noch vier faulende Herzen, sechs Wirbelknochenstaub. Dann teleportiere ich mich da hin, hol mir die, die ist das, die ist das. Ihr habt schon verstanden, was ich meine. Faulendes Herz, Perfekto. Perfekto. Könnte eigentlich, warte mal. Warte mal, warte mal, ich pool mal, glaube ich, alle.